Ja, willkommen zurück zu Fortnite, mal wieder mit dem Fisch-Skin. Aha, was? Mach doch, der ist halt echt geil. Ich will den auch haben. Dann sind wir die Fisch-Gang. Digger, der Fisch ist so. Alter, die Leute, da sind die Kuh. What the fuck, nigga. Ist so geil. Mehr Jube-Stimmung, ich sieht anders hässlich aus. Ich hatte ihn schon. Ja, ich kann ihn mir erst so, wenn ich... Ja, ich kann ihn über Amazon-Pace Zeug holen. Ich kann ja noch 45 Euro gut haben. Jawohl. Oh, das ist ja schon echt wichtig, wenn wir so alle drei den Fisch-Skin hätten. Und dann gehen wir so, dann halten wir den kommt-decken-spott aus. Ab dem Best-Packen. Und dann machen wir einfach alles zu dem Standard von dir. Bittin! 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 Ja, Moin. Bittin! die erste sportige zuschauen die ausgemacht hier ist so dumm wartet kommt gleich aha aha hier kommst du nennen sie einfach jemand hat baum baum apple 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 der du musst immer ein apple baum apple wer kriegt dann wieder 30 aus kisten haben wir es gepächt lol opfer lassen ja bei uns ist auch einer drin zwei gegner hat einer hatte einer zwei jetzt fliege an ratten schott kann ich habe keine metz das ist gelassen wie mein game drei leute was das sind drei lesen sie sogar von bodega 3 gesehen drei leute der dann wirklich der andere mit der pump kann alle haben natürlich auch schon ganz dinge ja nun weiß noch nicht kann sein oder erst morgen ich versuche es mal heute falls er nicht mehr ist scheiße stimmt ich hab's in die kommentare like a popstar easy digger ein das ist halt echt ein fahne ich nehme nachdem ausgenehm ich besitze wert vor fünf minuten stream und 238 der älteste der älteste rucksack den ich besitze ich nehme alles die ältesten sachen die ich besitze ja bei mir ist das älteste ritterin dann als wettklingen natürlich das schild dann als vor dass das älteste war ja noch gar nicht nicht sägezahn hier puls achte dass meine alte alte sachsen schneeflocken und doch bei mir ist die puls achtes älteste also außer die normale dass die sägezahn älter das gesicht verdeckt so ältester tanz den ich besitze abonig fand ich habe ja wenn ich mache keine welle ja mann uns ist der t-ohren draufkommt ich so verhaktet jeder maut du 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 wird auf die um die pop 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 warum sollte ich hier hast du jetzt geht schon als auf das ist schon diesen hässlichen elite ergänzen ben der den nico spielt er ernsthaft der ist anders das anders geil und so hässlich einfach ist ein trigger skin ja ich hole mir auch heute noch der 100 jahrhundert family ich habe gerade die ehre genommen ich habe gerade die ehre genommen das ist seine mission der hinter mir woher kam der fricking er geht so auf fünnig er geht so auf und fünnig er ist so ein fetter was der armen ausgehen er wird sich bestimmt vergraben haben heute haben wir nicht für irgendjemanden ich habe da auch welche hohen so nirgendwo wir kommen auf einmal jemand von hinten der ist da noch jemand mit der fricking pump kann denn sie haben wir gerade ja was unter mir ja ich bin ja schon toll du bist ja mit dem besten equipment von unten und oben alter gucci gang kami alter bester typ für die hände die jahre bin käre er verkauft diese leute die gäbe wir einen neuen skin kaufen liga erst mal wieder 300 euro wieder aufladen liegt an tötet er bekommt zuschauer wir kommen sondern stream ich habe auch den kanal von meiner schlösser den youtube kanal an den account dk was ganz ehrlich Was? Digga, was? Ganz ehrlich Moin Was? Digga, was? Ganz ehrlich Moin Was? Nee Ach nie heilig Wie? 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 Heilig Wie? Hallo Wie? Hier waren gleich ich habe einfach ich habe einfach den stream ans mikro behalten dann hört sich das geil an nach einer zeit hat sich das dann gegen ihn gleich oder ich oder du flügel was kein flügel genau ich habe mich einfach in den deutschland ich weiß ich habe kein plan ich bin ich gucke mir nichts auf den kanal an ich gucke mir was auf meinen richtigen kanal die starken sind so komisch ich finde mich hier wir gehen jetzt da auch in den verlauf rein von dem kanal da ich will wissen was da wirklich ist was going on in hell hat die 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 ist das nikolaus ist nicht rausgefroren wenn alle hin weil er diese quest ist also war schon bei der quest ja moin das was mir da kommt der dinger werden maxi fall geguckt ich habe das video auch gesehen ich gucke maxi fall manchmal aber nicht immer ja du bist wirklich noch leben oder alter wenn deine frau ein blitzer foto ich habe ich bekomme ich da ein schaliger ah ja da ist anders heftiger fight der ich hatte diese waffe dies diese unpräzise einfach ruhig aber hier sind 1000 gegner im vulkan ich dahin all alot good good shit ist so stark west nichts und gegner gegner unten und gegner gegner kommt hier die treppe hoch treppe hoch ja in jungen wohl cool sehr gut findet ihr das teambelebung wieder reinkommen also auch reinkommen sollen ich finde das aber ich habe abwechselt das ist das ja eben das abgeguckt von abwärts aber ist egal aber abwärts hat auch bettelt was abgeguckt ist daher wenn sie fast gibt es auch schon in anderen spielen näher ja gut aber eigentlich auch abgeguckt was gab es vorhin wörtel passt dort nene das stimmt also manche müssen von verabschiedet auch abwärts wird ja was ja ist ja das ist daher ich stimme ist auch am besten wenn alle am wenn alle perfekt sind dann ist es doch am besten dann kann man alles spielen neben nicht weil ich war wirklich spielen darf begeistert sich so jetzt in die katrone das ist schön ja das war voll geil das sind keine gegner hier unten sind gar keine ich weiß dass du immer ich wollte zu dir kommen wenn ja warte ich in fortnite eingeladen ich bin der manuel auf die straße und kaufe ich bin denn die kunst ich gehe auf die straße und jetzt halt mal sein fett ist maul was klinger sagt man zwei fische die im wasser schwommen sagt zwei fische die im wasser schwommen was denn sag mal was ist nicht so schön ist es eben ist es was also wenn es nicht gerade ja ist wenn er so also ist es irgendwas was nicht gut für die gesundheit ist ja ja na klar nicht gut für die gesundheit hatte ich lieber durch bisher bisher bis sie auch nicht ankommen das ist richtig falsch hier ist ein gesicht für euch weil ihr müsst gesichter besuchen kommt ja ich kann mal erst das ist das oster im seel gesicht doch so zählt auch so irgendein anderes gesicht das ist oben ein anderes gewicht im jubel zählt mehr das hat auch bei mir gezählt wurden wir hier wollte eigentlich in die richtung da hinten hin dass die richtung der blogs gehen ich finde es voll kacke dass die cox motel rausgenommen hat haben ja eben mega scheiße ja ja sowas wollen ich kannte die ja ich weiß ja genau das war früher es war früher meine main town der autofag jemand darf falsch angehen gegner doch gegner 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 mit mit ballons ich bin so fett alter das stimmt wirklich hallo mega stopp hatten jetzt von ja also nur ein aber egal der andere ist fett auch leute andere ist ja den rechten ich bin richtig low ich habe mich runter geschossen aber ich habe dem auch richtig schaden gemacht habe irgendetwas für mich hast du den einen ja okay ich habe den kalt ihr post stehen und ich und ich wette immer mit hier sind drei bin so fett hat das hat ich hatte doch die liga dann liegen noch mal noch nie wissen noch zweites noch zwei die kreis war heute wollte das sind noch zwei jürgen ja okay die hat das fakt muss damit seiner kopf wer war das jetzt hat finger in den maul wo ist der andere liga scheiße haben keine money mehr hinter mir lol heute zone keine mutter und dann weiter zone sind sie alle tot ich brauche einfach nur pump kann man die ganz wichtig ja ich kann ja dann geben wenn wir die zone sind wir sollten erst mal gehen ab 0 ich habe keinen wie die floh sind ja sind wir nicht ich bin zufrieden kack baum zu treffen hat jetzt eigentlich jeder von uns ein kill alle aussahnden die kohle 2 2 ja ich habe den den fettfinger das jahr ich hätte gerne ein mini er trifft aber auch nichts und ich habe ein lagerfeuer falls immer brauchen wir auch keine ich brauche blau pump auf jeden fall ich habe einfach nur tag die ja ja ich sehe es ja wenn die jetzt jemand wegnimmt dicker ist er stören einfach und in der zone gibt mir bitte jemand irgendwie panker muni ich habe null doch erläutig habe er im jump hat zur not schützungen fallen geschwischt nicht wieder gut ist also da welche hingelegt junge aber ich habe noch mehr als nur sechs oder so ich habe hier jetzt wer ist dagegen gelandet irgendwas irgendwas gerade bei mir gelandet deswegen ja ich habe genug jetzt habe jetzt genug wie macht er das jetzt springt so mega hart das gesehen dafür nutze ich jetzt mein video play aus da gegner 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 läuft gerade den berg hoch also in richtung sehen zum hochlaufen so spät so spät hat 150er hits easy gegner gegner auf jeden fall noch mehr der andere leider nicht ja ja ich weiß aber das sind noch mehr auf jeden fall nein leger mein gott nicht geläsert wurde campel in deine richtung kommt mehr danke der andere probiert hoch zu gehen ja und ab ja und beide ab oder die pushen ja die kämpfen gegen die feinden noch mal die leute und zu leuten er das im jump hat hinter mir wo die bär hat irgendjemand armonie ich habe halt nicht so viel geliebt hinter uns ja aber ich brauche aber ich brauche aber die ganz wichtig ich habe null also fast so viel 0 pushen ja in juli alter da mein werk kassiert was lediger wollte sagt wie komme ich da nicht hoch die hauen die ab ja alles super entspannt entspannt oh mein gott digga er gibt der fachsneid australien jahren man hat es gar nicht dann kostet noch mal voll schaden naja ja also ich nehme nur ein nehm nur ein ich habe viel weniger leben ja warum nehmen warum soll ich hier nicht nehmen so kommst du wo ist der andere mini wo ist der mini komm herr komm herr hier ist kein mini hier soll was so sehr ich muss hier auch in köln egal der hat so auf maul bekommen durch den fall schaden der eine hier ist da umgegangen kann ich mir jemand da ermutigen ich habe 13 du hast mir mal ein ding genommen hinein spaß hier liegt danke das sehe ich jetzt nicht der unterschied zwischen euch nein kein bock aber leul digga nw 30er so viele rss ein dreier team noch auf dem werk lass hier stehen leute ich fühle jetzt doch das ja man ach man alter genau so aufwärter digga ich krieg so fett fresse hat ein 80er jump hat ist geplaced oben die sind so und hat alle ich auch was gekäucht wird der hat gar nichts auf main sind noch welche scheinbar die sprayen richtig mein sind übelst viele ist ja noch einer drin er gibt mir und kommt erst low aber achten wird bei mir aufgebaut scheiß gut er weißt du mich please in außen hier für mich und ich war hier verantwortlich richtiges mal oh mein gott noch wenig rein wissen war ja ja wahrscheinlich annehmen nehmen neben an von hier was macht kein auge hier in dem was ist hier ist die teuer kann die geile warum soll ich ich bin tot was wir hier ich hatte 16 hp man herr und gesagt ich kann nicht editiert mich jetzt nicht kommen irgendjemand muss kommt der schilder auch so wir müssen danach gleich weiter und sind halt mega haben wir sterben einfach alle die ganze zeit gekämpft habe hinter uns wollen gegen abruft doch nein du findest nicht also ein schlusser oder ich muss nachladen ja er wird so aufs maul jetzt geht ihm so dass er nie mehr erfordert spielen ja und wollte erst da oben tone zone waren der soll falsch haben bekommt kann er nicht er macht anders hat auge auf mich gut von wo von oben digga man da ist noch ein dreier hat auch die wir haben schafft ihn nicht da ist noch ein dreier ist gut ein gruppen berg die da abkommen wir haben wir haben sieben kills zurzeit und wir werden jetzt und werden das scheiß kopf wird dich zu holen wollen sie schießen nur dich ab ihnen überhaupt nicht schade was er wird auch für die kinder gut er ist gestorben die anderen wusste wo ist das andere squad einfach noch ein leutern sind da noch eins oben einer überlebt einfach nur so lange wie möglich gut einer wurde vom sturm geholt weiter wie doch muss man sagen und dann leben noch zu zwei als zwei erst gut ja schon rüber gestrungen da oben was auch von rechts kommt einen noch auf den berg der ist eine hoch drunter gefallen wir wollen wir die dort den geld bleibt ja wenn du alleine ein schaust zu snipen die einer pusht auf dich die andere gehen die ton du wirst nicht gewinnen egal kommen wir sind zweiter geworden nicht viele kills keine chance gar nichts machen herr alle wir hatten alle voll lobt ok der erste der ist so das war unlaut nur jetzt wird noch ein win geholfen haben wir ein gutes video mutter so ist ja also sein würde jetzt nicht ja ich muss dann auch gleich zum training wieder kommt ihr heute abend noch mal und von der haute haben gedacht trotzdem konnte kommt ihr heute abend noch mal die anderen auch gut gemacht mit den heilern die ganze zeit gerne sich die ganze zeit rausgehalten und haben dann den heil und geholt einfach ja ich auch ich war die ganze zeit auf den gegner fokussiert obwohl ich auf einmal von hinten irgendwie angeschossen ja eigentlich arbeiter von meinem baum ich bin ein bin ein pirat ein pirat mit bananen im gesicht er leute ich glaube ich habe es auch kaputt gemacht schon sollte ich glaube sehen ist gar nicht da sein dass ich da hatte ich nicht bewegt er hat sich mal da markiert doch 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 nicht an die steps aber nicht an die steps nein das lazy lagoon ok dann ist sie gut oder wieder dahin gehen wo ich mich getötet habe aus versehen ich bin ich auch okay nur wenn es doch wenn es da und durch das er wird können und genau ich bin auf dem schiff gelandet ich bin eine banane nein das ist meine tschüss und dass sie einfach so dran gestellt und bis runtergefallen ich bin runter gefallen wie eine banane da ist es ja voll ist es ja voll das ganze schiff dinge ich war ja ich war ja noch nie ja man ist hier meistens nur wenn ihr gegner sind und das ist halt immer so eine sache immer gegner aber irgendwie jetzt nicht ich habe eine chest to go das schon mal gut so viele passen paletten sind hier das verlässt du ne ich hab sie aus und ich brauche auch ein bisschen netz wir machen eine kanone banane ich nehme eine banane wie riesig ist dieses schiff der verlässt du hast du wirst du überhaupt ich werde ich gerade weg geschossen dinge ich bin eine banane ausdrehen ich muss weggeworfen werden ich bin eine banane ausdrehen ich bin eine banane ausdrehen ich bin ein banane ausdrehen ich bin ein banane ausdrehen mädel so habe es gesehen habe ein da sehen kommen wir darüber danke ja von oben mit gleiter wir haben es gesehen ist runtergefallen habe ihn ja vor allem mit den letzten ich habe ihm noch nicht gegeben achtung noch mehr gegner noch mehr gegner bei euch habe ich angeschlossen wirst du safe ich bin mir gerade biggie ich spreche ich bin so dumm ganz rot das geht der kommt zu euch der kommt in die richtung aber aber la ja ich brauche das vorteil auch richtig kacke aber sehen und so weiter sind da sind ja und wenn wir wissen dass er mal er war an der kanone drin er hat sich also in der kanone kann man sich richtig op verstecken 300 jungen aber ich habe ich habe ihm halt das headshot des jahres gegeben gefühlt aber es war kein headshot wenn dies bei mir braucht man die ok wieviel kölz haben wir ja also wir haben drei das ist alles was dann das war ja dies vorne dies borne ich würde zu safety zu sein vater kann so rein deswegen stehe ich kann die ganze zeit vorhin warte bis er quittet damit ich sein nut bekomme weil er kein job das einmal weil er gar nichts dabei hatte natürlich lecker ich räume gerade ich räume gerade hier dann war es so wrong aus was soll ich habe mir liegt da und ich holz rum für euch ja und das ist das morgen ich gehe jetzt zum geheimen sport zum sport geheim sport wie heißt er denn er wird nicht gelieft warum bin ich jetzt hier hier ist er gar nicht auf eine schatzkarte der ist mir noch egal wenn ich jetzt ist weniger wenn ich jetzt nur skarfen dann wäre es kam ohne tolle skar ich freue mich ja so ja das ist das ist gar mein gott oh mein gott alles gab das war kann ich habe es einfach gesehen nein es war jetzt als maschine trotzdem geil ja wo ist die kanone gewesen die sind dort hinten weil wir da war der typi auch so so ein richtiger abfahrt ich habe ja was ja ich hab nicht egal der du hast du schon voll nein mach nicht der nico muss doch erst kommen wo ist nico überhaupt wollen wir denn hin überhaupt wir gehen zu plassen ich möchte eigentlich wissen wie weit ist es am weitesten weg dann können wir wieder zu früh beteilt aber geil dass es hier ist es war noch nie hier als ich gezockt hat hier will ich mal hier endzone haben in lacy das wäre lustig aber es wird nicht passieren weil ich komplett in lacy vielleicht so hier in diesem waldgebiet wie er zieht auch hier ist man die jahre zu einer salzung der leute lassen wir noch denken die nachleuchtende in wicker in den links wort da hinten ja da ist eine wikinger hütte und ich brauchte noch eine piratenhütte da warst du noch nicht nicht hier sondern dass wir fehlt noch eine irgendwo aber sonst ja ja jetzt gehen ja hallo nein ich bin euch da auch nicht sind dann kann man ja hier waren gegner gewesen ja auch hier ist bei mir eine kanone ja schon ja ich komme noch ein 30er bist du alter richtige 31er anton weißt du bin ich jetzt so ein geyser alter direkt in sein meine mutter ruft richtiger um auch auch der mein nachdem die reichens und so raus gibt und gehen wir Wo wollte ich hin? Da waren wir ja schon. Volle Siegern und die fällt einfach so runter, Digga. Es gibt doch kein Tomado mehr. Nein, warum? Ja. Als wenn du jetzt geklappt hast. Hä? Ich habe hier komplett alles zerstört. Auf keinen Nacken. Mit Nacken. Wow, ich kann, ich kann 3er-Ramp. Uh! Ich habe es gerade geschafft. Ich bin ein Pro. Ich kann auch 3er-Ramp nicht. Was? Ja, ich habe es das erste Mal geschafft, richtig. Aber 4er-Ramp kann ich. Okay, jetzt ein Blutdruck. Äh, was? Äh, in die Zone. Hä? What the fuck? Get the fuck out! Welcher? Gelb oder die? Das die? Das die? Ne, keine Ahnung, aber wir gehen das die. Ja, das ist ein Gegner. Dann nicht hin. Geht doch oben drauf landen, oben drauf landen, sie sind unten reingegangen. Ja, ja. Die gehen gerade hoch, welche? Es ging gerade welche hoch? Wo? Oh, Digga! Ich bin jetzt 2 auf 1, die Nacken, die jetzt. Ja, äh, da ist noch einer. Ja, der einer. Oh, über mir, über mir, über mir! Jetzt, der einer 2, 31er, I've got laser. macht bloß nicht bei mir was kaputt ich konnte nicht aktivieren ich bleibe erst mal das und also ich habe jetzt kein bock jetzt zu verrecken nein nein da weißt du ich war die ganze zeit da drin dann gehe ich raus und da kommt schluck wie mit acht junge ich muss ausmachen schau halter 5 und 8 kilt er ist einer von euch weiter also ich gehe jetzt auch auf glaube ich okay vielen dank dass ihr zugeschaut habe abonniert und nichts mehr zu verfassen genau und schaut auf meinem youtube-kanal vorbei dies das genau fände im gaming dort abonnieren ja bei der dort abonnieren also genau ja gut ich werde jetzt mal einfach machen wenn ihr online kanal feiert genau und jetzt muss ich leider ausmachen ja was herrte fang aus übertragen